Hör mal, wo wohnt dann hier die Schäffe? Die Schäffe? Oh, äh, wer da dabei hinwillst, vielleicht hast du ja Glück, ich hab ihn da vorne gesehen, fortgehen. Ja, aber, äh, komm mal, äh, gehst zweimal hot und einmal hot. Ja, da unten ein Körpersch Eck, hot, ne, und dann noch so ein Stücker 100 Meter, dann siehst du, Geffjes hingelt so heiß hier, ne. Und die haben auf dem Hub noch so ein schön alter Tämchen, der Abtritt, ne, denn rennts da aber nicht um, gell, ne. So, und dann auf der Eck, Habei, ne, so, dann noch ein Eck langs die Bitz, und dann die nächste Eck, hot rum, ne. Äh, grad auskämst du auf der Kirche, ob du willst du ja weiner nicht hin, ne. So, und dann, äh, das dritte Haus, ne, äh, das mit dem großen Kräne Schauretor, ne, das ist es. Das ist es. Ist ganz einfach so finde. Prima, dankeschön. Ja, gut.